Ja, und ich bin's wieder, okay, so neu heran, hier mit meinem Let's Play von Undertale, dem Unterteller, wie wir's kennen und leben. Und ich hab nochmal geguckt, von wegen, was passiert, wenn man über diese Brücke geht, hab nochmal ein paar Monster bekämpft, wie gerade eben. Äh, was ich leider nicht zeigen konnte, Gormann Asai, aber es war genauso wie bei der ersten Runde gerade. Nur halt zusätzlich noch mit dem einen Eukling, was man nicht anpicken darf, zusätzlich. Und heraus kam dieser Schalter. Was passiert denn dann? Ich muss erstmal speichern, nochmal, damit ich vollgeheilt werde. Jo, ich hab sonst nicht mehr viele Heil-Items, das ist nämlich nicht so ralle. So, dann wollen wir nochmal den Weg gehen. Ah, du! Den meinte ich nämlich vorhin. Don't pick. Oh, der wechselt seine Formen. That was good. Ah, je nachdem, in welcher Form da ist, soll ich das machen. Okay, dann. Hau ab. Ah, Savepoint. Schön. Es geht sogar ausnahmsweise mal, aber was ist das da? Oh, yes. There you are, darling. It's time to have our little showdown. It's time to finally stop the malfunctioning robot. Not! Malfunction? Reprogramming? Get real. This was all just a big show. An act. Elphys has been playing you for a fool the whole time. As she watched you on the screen, she grew attached to your adventure. She desperately wanted to be a part of it. So she decided to insert herself into your story. She reactivated puzzles. She disabled elevators. She enlistened me to torment you. Also, she could save you from dangers that didn't exist. Also, you would think she is the great person. That she's not. And now it's time for her finest hour. At this very moment, Elphys is waiting outside the room. During our battle, she will interrupt. She will pretend to deactivate me, saving you one final time. Finally, she'll be the heroine of your adventure. You regard her so highly, she'll even be able to convince you not to leave. Or not. You see, I've had enough of this predictable charade. I have no desire to harm humans. Far from it, actually. My only desire is to entertain. After all, the audience deserves a good show, don't they? And what's a good show, without a plot twist? Hey, what's going on? The door just left itself. Sorry, folks. The old program's been cancelled. But we've got a final that will drive you wild. Real drama, real action, real bloodshed on our new show. Attack the killer robot. Ah, ich bin immer noch mit dem gelben Herz. Burn? What you'll do if things continue in this manner. I was the one that hired everyone to kill you. That, however, was a short-sighted plan. You know what would be a hundred times better? Killing you myself! That worthless pea shooter won't work. Don't you understand what acting is? Metatron. Punkt. Listen, darling. I've seen you fight. You're weak. If you continue forward, Aska will take your soul. And with your soul, Aska will destroy humanity. But if I get to your soul, I can't stop Aska's plan. I can save humanity from destruction. Then using your soul, I'll cross through the barrier And become the star I've always dreamed of being. Thousands, now millions of humans will watch me! I can't see what's going on in there, but don't give up, okay? There's one last way to beat Metatron. It's, um, it's, um, it's, um, This is a work in progress, So don't judge it too hard. But you know how Metatron always faces forward? That's because there's a switch on his backside. So if you can turn him around, um, And, um, press the switch, He'll be, um, he'll be vulnerable. Well, gotta go. To turn Metatron around. If there's a mirror behind him. Oh, vegan mine! Oh, a mirror! Right, I have to look perfect for a grand final. Don't see it. Where is it? Chuck! Did you just slip my switch? Ja. Was fällst du auch auf sowas offensichtliches rein? Blödmann. Oh, yes! What the fuck?! Oh, yes! Oh, yes! What the fuck?! You're desperate for the premiere of my new body! Was hab ich getan? How rude! Lucky for you, I've been aching to show this all for a long time. So, as thanks, I'll give you a handsome reward. I'll make your last living moments Absolutely beautiful! Was hab ich getan?! Oh, god! Oh, god! Um... Light... Camera... Action! Oh! Das lief nicht ganz so gut. Aber die Musik geht ab! Wow! Oh, god! Dies... Diese Beine! Ich komm auf die Beine nicht klar! Ey, wie soll man das so schnell schaffen? I hope you brought a keyboard! Dies war's a easy question! Front, why do you love most about Metaton? Ehh... Your essay really showed everyone your heart. Why don't I show you mine? Oha! Das hat's gesessen? I'm just warming up! Okay, aber ich glaub langsam hab ich's. What? But how are you on the dance floor? Oh... Nicht gut. Place it on the heat. Ja! To the pot! Mensch! Ich will doch nur heilen! Das kann man auch gut ausweichen! Na, jetzt habe ich auch keine Heil-Items mehr! Nicht wirklich! Not good! Also, wenn ich jetzt ablose, dann... Scheiße! Okay, das wird nichts! Hier, Onion Regulated Break! Oh Gott! Das war aber auch scheiße! Viel zu wenig Heil-Items! Okay, dann schnappe ich mir mal schnell Zeug! Dafür muss ich eben kurz zurück! Und von mir aus, ja, hier Dingsen! Und mich nach Möglichkeit nicht nochmal von so einfachem Zeug treffen lassen! Mann! Ich bin grad zu unfähig! Ich glaube, wenn ich jetzt Dings so... Dann beende ich den Part! Das ist irgendwie... Oder ich beende ihn jetzt schon! Dann wird es etwas kürzer, aber... Ja! Wir gucken mal! Wir gucken mal! Ja! Ich beende Part jetzt schon! Das wird mir jetzt sonst zu blöd! Egal ob positive oder negative Bewertungen immer gern gesehen! Das war's für meine Seite! Wir sehen uns das nächste Mal wieder! Sehr geil! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!